Selbst wenn ich sie finde, ist Ihnen eigentlich klar, was Sie das kosten wird? Ja, und ich halte mein Wort, also erledigen Sie es einfach. Ich hörte, die Cat-Aktivitäten sind zurückgegangen. Wette, der Archer leckt immer noch seine Wunden. Und das heißt, er kann besiegt werden. Die Cat können besiegt werden. Das rüttelt die Leute wach. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie sich gerade über die Cat unterhalten haben. Nein, habe ich nicht. Ein Freund von mir sucht für mich nach einer Lampe. Ich hatte sie von zu Hause mitgebracht. Ich hätte sie nicht für so sentimental gehalten. Da bin ich nicht die Einzige hier. Suvi hat die alten Instrumente ihres Vaters. Korra ihr Asari-Gebetsbuch. Und Liam... Liam hat den Müll, den er eben sammelt. Diese Dinge sind wichtig. Sie erinnern uns daran, woher wir kommen. Ich verstehe Sie. Ich will niemals vergessen, was ich zurückgelassen habe. Genau. Selbst wenn wir nach vorne schauen. Was ist so besonders an dieser Lampe? Sie ist schrecklich. Ihr Fuß ist eine splitternackte Asari, die ihr alten Mond hochhält. Eines ihrer kostbaren Besitztümer ist eine hässliche Lampe? Die Lampe gehörte dem Vorarbeiter bei meinem ersten Job. Immer wenn er fies war, habe ich mich auf sie konzentriert, damit er meine Wut nicht bemerkt. Ich habe sie behalten, um mich daran zu erinnern, wo ich herkomme. Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, zu überleben, mich von Arschlöchern rumschubsen zu lassen oder eins zu sein. Jetzt muss ich das nicht mehr. Ich kann von vorne anfangen, einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Sie wollen wirklich nochmal von vorne anfangen? Nach allem, was Sie durchgemacht haben? Ich weiß es nicht. Der Punkt ist, ich habe die Wahl. Wenn ich will, kann ich mein Leben ändern. Anfangs hat es mich nicht gejuckt, dass die Lampe fort war. Alles lief total beschissen und es war einfach unwichtig. Aber wir haben Fortschritte gemacht, Ryder. Auch kleine Dinge haben wieder eine Bedeutung. Die Leute wagen es wieder zu träumen. Ich glaube, mein Traum ist es, eine ganz besondere Person zu finden, mit der ich die Galaxie erkunden kann. Ach ja? Und haben Sie sie schon gefunden? Ja, ich denke schon. Sie werden sie lieben. Sie ist groß, kann fantastisch mit Waffen umgehen und bringt jeden dazu, genau das zu tun, was sie will.